Hallo zusammen, Aizocca hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Preis anzunehmen bei Sera im Artenwald an dieser Position, Forrestra durch den Wald. Ui, ein Video. Psst! Was? Sera weiß es, auch wenn sie mich nie darum bitten würde. Nein, wir finden einen anderen Weg. Als sie sich in Valjarah für mich opferte, war ihre Zeit noch nicht gekommen. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden. Dann... dann bleibe ich ebenfalls. Chandris und die anderen können... Tyrande, wenn alles kommt wie erhofft, werden die Kaldorei-Führung brauchen. Ich kann nicht mehr, Malfurion. Das ist zu viel verlangt. Nach allem, was wir auf uns nahmen. Mein Herz. Hier lag schon immer die Stärke unseres Volkes. Es wird stets folgen und so keine Einsamkeit zulassen. Bis wir uns wiedersehen. Ich werde von der Nacht träumen, wenn wir endlich gemeinsam rum. Ja, das könnte noch ein paar Jahrtausende dauern, oder? Also, in der WoW-Welt. Seid gegrüßt. Quest ist dann abzugeben bei Malfurion Sturmgrimm. Im Ardenwald. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.